Halt, stopp, 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 stopp. Hör dir ganz kurz an, was wir dir zu sagen haben. Also, herzlich willkommen hier bei den Simu-Freunden. Ja, der Name ist richtig. Wir waren vorher HKS 2905 Let's Play. Wir sind jetzt herangewachsen zu den Simu-Freunden. Warum das Ganze, erkläre ich euch jetzt. Ich fange vielleicht erst mal so an. Freunde, warum Freunde? Freunde, euch erwarten hier auch Multiplayer-Geschichten. Und natürlich, ganz klar, wollen wir euch damit einbeziehen. Ihr seid unsere Freunde, ihr könnt hier mitagieren, ihr könnt hier mitentscheiden. Und wir wollen euch einfach hier in diesem Kanal mit einbinden, fest mit einbinden. In der Voraussetzung, du bist ein Abonnent. Denn wir müssen ganz klar sagen, Abonnenten haben hier deutlich mehr Chancen mit zu interagieren. Dann, warum Simu? Wir werden hier definitiv mehrere Simulatoren vorstellen. Ihr werdet hier Landwirtschaftssimulator sehen, aber auch viele, viele andere Simulatoren. Warum auf dem Banner das Werkzeugbild. Wir werden die Spiele für euch auseinander nehmen. Wir werden sie für euch antesten. Und das Ganze völlig gratis, völlig kostenlos. Das Einzige, wie ihr uns unterstützen könnt, guckt die Videos bis zum Ende. Gebt uns Daumen für die Videos. Und empfehlt sie natürlich gerne weiter. Und was vielleicht noch wichtig wäre, bitte schaltet für YouTube euren Adblocker aus. Euren Werbeblocker. Denn wir können davon leben, wir können davon wachsen. Und nur wenn wir wachsen, können wir euch noch mehr Möglichkeiten bieten, hier auf unserem Kanal bei den Simu-Freunden. Aber jetzt, lang genug gequatscht. Viel Spaß hier auf dem Kanal. Schau dich gerne um, lass gerne Kommis da. Und dann sehen wir uns später wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.